Ey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video für die Aua! Was geht, Leute? Was geht? Leute, lasst Like da und lasst, wenn euch meine Videos gefallen, das wäre mega nice, Leute! Und, hä, wo sind wir gelandet? Warum sind wir hier gesporen? Was redest du dann? Komm jetzt! Hä, wie, was? Komm jetzt, was laberst du? Alfa, warum sind wir nicht zu Hause, Mann? Was geht's in deine Zelle? Komm! Hä, wieso soll ich in meine Zelle gehen? Was laberst du? Du musst ins Gefängnis kommen! Wieso muss ich ins Gefängnis schon wieder? Was hab ich getan? Los, keine Fragen stellen, weitergehen! Hä, wie? Keine Fragen, ist das dein Ernst? Alfa, auch? Ich will wieder nach Hause! So, warte! Okay, alles ist sicher? Du hast nichts dabei? Ja, was soll ich denn dabei? Ich bin gerade erst gespawnt, Mann! Nein, 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 lüg nicht! Hä, ich lüg, doch nicht wirklich! Ich schwör es mal! Du kannst mir doch glauben, du kennst mich! Ich bin jetzt in deine Zelle! Muss ich wirklich in deine Zelle? Los, komm ins! Hä, Juri, chill doch mal! Alfa, Braun, das ist so ein Prank, oder? Du sollst dir gut ernähren, du kriegst alles, aber stell keine Fragen, okay? Alfa, sag mir wenigstens, was ich getan hab! Und, was hab ich getan? Ja, ich weiß schon! Was denn? Du musst es selber wissen! Los, geh da rein jetzt! Los, geh da jetzt rein! Weil du mich hier die ganze Zeit geträumt hast, deswegen sitzen wir hier jetzt! Hä, das ist doch gar kein Verbrechen, oder? Natürlich! Na, mein Soppern! Aber Alfa, wie lange muss ich jetzt hier drin sitzen? Ähm, Leute, habt ihr eine Ahnung hier? Äh, ich weiß nicht! Da ist doch irgendjemand, Mann! Was? Leute, ich werd hier verschäbeln, Mann! Wenn der holt mich eh nicht raus aus dem Gefängnis! Da muss ich selber schauen, wie ich hier wieder rauskomme! Let's go! Boah, aber Leute, ey! Ich weiß gar nicht, wie, Mann! Ich will hier raus aus dem Klass! Aber warte, da ist hier wieder eine Kiste! Leute, aber was ist da drin? Ich bin mal so gespannt! Was ist da, wird hoffentlich hilft, es mir hier rauszukommen! Und was ist da drin? Was? Spider-Posene und Grappling-Hook und Spinnnetze und so ein Hammer! Hä? Und Leute! Ich hab hier auf einmal einen Spider-Man-Skin! Was geht jetzt, Mann? Ich seh aus wie Spidey! Warte mal! Ich hab Spider-Man-Items! Leute, kann ich etwa ein Super-Eld-Ausbruch aus dem Gefängnis? Das wär mega krass und Super-Eld-Ausbruch! Joga, wie cool! Das wollt ich schon immer mal machen! Leute, mit Spider-Man-Kräften einfach! Aber ich muss aufpassen, dass Alfa mich nicht bemerkt! So, was da heute im Hammer kann ich mich ganz easy hier rausbauen, Leute! Ich wusste gar nicht, dass Spidey sowas dabei hat! So, dann komm ich mit meinem Spinnenfahren! Und ich geh jetzt auf das Dach vom Gefängnis! Leute, ich schwung hier erst mal ein bisschen rum! Let's go! Ich kann mich auf das Gefängnis schwingen! Wie cool ist das denn? Was da passiert, Leute? Oh nein, ich glaub, der hat das bemerkt! Ich muss schnell auf das Gefängnisdach! Let's go! Ich muss ja alles aufwenden! Und ich muss noch hoch, weil es ist gar nicht so leicht, an Spidey zu klettern! Aber warte mal! Ich kann mir die Spinnfähigkeit geben! Und dann kann ich es einfach an der Wand hochklettern, wie eine Spinne! So, dann klettern wir jetzt den Baum einfach hoch! Let's go! Und dann hier aufs Dach! Jetzt sind wir auf dem Dach! Ja, ich muss... Ich hab dich! Ich hab dich! Was? Oh nein, warte mal! Ich muss an Spidey mehr kämpfen, also ich hab Spinnen! Jetzt ist jetzt ein Zeichen nach rein und zack, 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 zack! Warum ist die Spidey mehr gefängnisvoll? Nein! Oh, ich bin selber drin! Leute, au! Oh nein, Mann! Hä? Spidey hat mir einfach nicht gut genug geholfen! Ich hätte gedacht, Spidey ist so krass! Aber der war einfach zu stark! Der kann keine Kugeln aushalten! Och, Mann! Oh nein, ich bin wieder hier gelandet ohne meine Spinnfähigkeit! Wieder im Knast! Hier kommst du nicht mehr raus! Hä? Selbst das Superhead, oder was? Du wirst niemals mehr rauskommen! Nie wieder! Du wirst jetzt filmen! Oh nein, Alter! Chill doch mal, Alfa! Oha! Leute, da ist die nächste Kiste! Was ist da drin? Warte, eine Spitzsacke! Ein Reizsack! Speed 2! Wasser! Und Leute, ich glaube, ich bin einfach Aquaman! Was geht, Mann? Leute, ich bin einfach dieser Fischtyp! Warte mal! Und Wasserbombe! Und Wasserbombe! Leute, das funktioniert, Mann! Das kann Wasser schaffen! Wie nice ist das denn? Ich kann sogar auf Wasser laufen, ey! Das ist ja mega cool, aber das bringt mir nichts in der Trocknenzelle! Obwohl, eigentlich kann ich doch durchs Klo abhauen, oder? Warte mal, ich probiere es mal! Und warte mit der Spitzsacke durchs Klo! Und let's go! So, dann da runter! Ja, Mann, ich glaube, ich bin jetzt hier in der nächsten Zelle! Und jetzt bin ich unter dem Gefängnis! Und dann baue ich mich einfach hier raus! Und dann kann ich doch einfach über das Wasser weglaufen! Weil ich bin Aquaman! Und Aquaman kommt über jedes Gewässer drüber! So, da ist der Ausgang! Einfach wird gar nichts bemerkt, weil ich das hier raus bin, Leute! Und warte mal! Jetzt hüpfe ich hier raus und ich kann hier einfach loslaufen! Was geht, Mann? So, wo geht's in Richtung nach Hause? Ich muss weglaufen! Oh nein, da ist die Polizei! Leute, ich muss ihn bekämpfen! Und Wasserbomberangriff! Was? Was denn? Ich bin einfach umgerusht, Mann! Leute, bitte am Raketenwerfen! Wie weitriebe ist denn das? Und wann hat die Polizei so was? Boah, sag mal, wenn wir ja vornehmen, Mann, als Superhelter, mir auszubrechen! Ich dachte, es klappt besser, Leute! Hör auf, immer auszubrechen, Mann! Lass das! Hä, wieso? Wieso sperrst du mich doch hier ein, Mann? Ich muss wegen dir neue Leute anstellen, das ist voll teuer! Hör auf damit! Ja, okay, zähl doch, Mann! Ich hör auf, ich schwör's! Du musst ja alles reparieren, Mann! Du kriegst es in Strafe! Jetzt bleibst du ein Jahr länger! Was, all die Anlänge auch dann? Das ist ja voll schlimm, weißt du, wie lang hier ist, Mann! Das sind 365 Tage! Ja, voll weg, tschüss! Du bleibst eins feber, tschüss! Hey, ist dein Ernst, Mann? Aber ich muss nur eine neue Kiste, die muss sein, mit der ich mich wieder an einen krassen Zubelverwandel, mit dem ich endlich mal hier rauskomme! Oh, was ist denn das, warte? Leute, ich bin zugeworden, was geht, Mann? Und ich hab sogar hier so eine Garn, mit der ich Blitzeballer kann und so einen Hammer, mit dem ich einfach so erdrummdürmer kann. Und ich hab Jump-Boost, Mann, wie cool ist das denn? Warte mal, kann ich da mit dir was aufbauen? Und, warte mal, ich mach mal so einen Smash, so! Und es geht locker easy kaputt, Mann! Hier ist der Inhof! Leute, Alter, als Thor ist das so krass, ich kann einfach so rumjumpen! Warte mal, eigentlich müsste ich das jetzt auch mit Alpha aufnehmen können, weil Thor ist ja voll stark und Entrüstung! Wo steckt der bloß? Davon ist der! Und, Batsch, komm her! Ja, guck bitte, schnell! Ich bin zu, was geht? Oh, Blitzanschlag! Oh, Gott, trink dich rein, Leute! Ich brauche Hilfe! Oh, Gott, der ballert zurück, Leute, und Blitz! So, Leute, ich mach den jetzt fertig, ich grill den jetzt! Und der weiß aus! Der Raketenwerfer, let's go! Was? Oh, der Raketenwerfer! Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein! Ich muss schnell hier raus, Leute! Stell dir die Türen zu, was geht? Nicht abbauen, steh bei mir! Der verfolgt mich tatsächlich! Oh, Thomas Smash! Oh, nein, er darf nicht abbauen! Und zack! Zack, Batsch, Batsch, komm her! Komm her! Oh, nein, oh, nein, oh, Kopf! Wie schock ist ihm seine Polizeirüstung! Oh, Blitz! Ich hab den gleich! Und nein! Nein, Mann! Der hat eine Maschinpistole oder so! Oha, jetzt bin ich down! Leute, ich bin wieder ins Gefängnis gesteckt, Mann! Oha! Ey, jetzt muss es klappen, Leute! Die nächsten Superhelden, die werden krasser, ich schwör's! Und dann packe ich sie raus, Mann! Und dann fliege ich einfach hier weg oder so! Alpha, bist du da? Natürlich! Oha, du hast sogar jetzt eine Minigarn! Wie krass! Musst du die nur wegen dir kaufen, die war so teuer! Aber gegen deine Minigarn hat keine Chance gegen das, was in meiner Kiste ist! Denn durch die Kiste bin ich sehr unglaublich alt geworden! Was geht, Mann? Und jetzt komme ich hier raus! So, mach alles hier kaputt, Mann! So, ich zerlege jetzt erstmal die Zelle! Und, Mann! Und Zeltüte zerlegt! Was geht, Mann? Oh, nein! Was ist das denn? Ich bin Hulk! Ja, Mann, Leute! So, keine neue Waffe! Jemand hat eine Chance gegen mich! Was geht? An die Hulk-Waffe? Oha, die klingt voll gut! Ja, was ist so eine alte Hulk-Waffe? Was labert denn? Warum hat der sowas im Knast dabei? Da unten ist der! Komm her! Und, was? Was? Hey, ich bin vergiftet! Leute! Irgendwie! Meine Heilkräfte wirken gar nicht mehr! Ich muss Gold abfließen! Leute, dazu... Ich mach dich auch! Ganz so grüner Attacke, Alter! Ich glaub, die sind gegen Hulk extrem effektiv, Mann! Und, raus hier! Ich werd die K.O. machen! Komm her! Warum hat der so eine Anti-Hulk-Waffe? Oha, damit hab ich nicht gerechnet! Muss wegschwimmen hier! Oh, da mit Wasser! Oh, nein! Ich hab dich gleich! Oh, der Hulk-Blaster trifft mich der Lid auf! Ich labe ihn voll auf und... Ah, Leute! Mit voller Energie! Wow! Wow! Was? Du hattest einfach einen Hulk-Buster dabei! Natürlich! Den hab ich immer noch! Guck doch! Oha, Mann! Er brauchst mich gerade den Bad-Block ein! Yeah, anders geht's ja nicht! Oh, nein, Leute! Ich hab das Gefühl... Yay, Leute! Der K.I.S. ist meine letzte, letzte, letzte Chance, hier rauszukommen! Oh, bitte, bitte, bitte! Let's go! Und ich bin Iron Man! Was geht? Mann, warte mal! Ich hab das bisschen Spitzhacke! Und... Ich kann, glaub ich, mega viel abbauen! So! Ja, aber mit dem schaff ich's raus! Ich wette, Leute, mit dem packe ich's raus! Denn ich baue jetzt einfach hier alles ab! Und Bad-Seiter! Hey! Und Laserangriff! Iron Man Laserattacke! Gegen Iron Man bin ich nicht vorbereitet! Nein! Und komm her, Mann! Und ich kann fliegen mit meinem Jetpack! So, ich fliege es dann hier raus! Und die ganze Decke ist kaputt gegangen! Was? Oha! Leute, wir fliegen jetzt einfach hier weg, als Iron Man wir den Ausbruch geschafft, Leute! Lasst Like da und lasst auf! Dann werden euch meine Videos gefallen! So, bald vorbei! Nächstes Video, beschreibst du das Video! Und tschau! Yeah!